Was bist denn du für einer? Sport 6, würde ich sagen! Jetzt hab ich so langsam aber raus hier. Falscher Knopf war aber gerade noch so gerettet. Dass du gerade noch so einen Genickbruch hast hier. Jo, das war jetzt gut. Aber er springt nicht. Noch mal. Ah, nein, nein, nein! Wiss nicht, wie scheiße das ist. Vor allem, wenn man es wieder vergisst, dass da eine Kiste kommt, anstatt hoch zu jumpen. Jetzt wieder runterlaufen. Jetzt muss ich wieder springen. Greppe hoch, runter. Runter. Aber ich bin hier feststecken geblieben. Das wäre mit ihr einfacher gewesen, als mit dem Typen noch. Wie, wie es kann ein Spiel sein. Nein, ich wollte... Nein, ich wollte... Unten lang. Wie lang stecke ich hier fest? Über fast 10 Minuten, könnte ich mir vorstellen. Nein, hüpfen nicht. Jetzt hüpft er. Warum kommt mein Lieblings-Level? Kann ich mal so fragen. Niemals! Ah, sehr. Wenn ich so weiterspiele, ja. Ja. Äh, weiter runter. Hüpfen. Rollen. Laufen. Rollen. Nein. Ah. Jetzt hätte ich was wieder vergeigt. Runter. Runter. Äh, runter. Spring. Runter. 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 Ah, der am Schluss ist so fies. Es war ja beim Rick nicht gewesen. Muss ich so ehrlich gestehen. Ah, falsche Taste. Immer wieder. Es tut mir so leid. Aber das sind Reaktionen gefordert, die ich nicht beherrsche. Jetzt habe ich was ganz doofes gemacht. Es lässt die Konzentration nach. Jo. Äh, springen. Ich hab noch eine Möglichkeit, wie ich den anderen Typen umgehen könnte, indem ich auf den Bodenkurier... ...und mich hofle. Spring. Ja, jetzt wirst du gesprungen. Jetzt, wo du zerfetzt wirst. Hm, ja. Nein. Oh, was? Oh. Das ist lustig. Nein. Wieder ein Fehl gemacht. Lauf. Einfach erst einmal. Jetzt. Und das war jetzt wieder gut. Jetzt möchte ich gerne Safe staten. Das könnte ich machen. Um schnell voranzukommen. Leck mich am Arsch. So. Das wäre jetzt das Passwort. Flucht im Bus. Rick, Adette, Bay und Evi sind aus dem Museum geflohen. Jonathan und Alex haben ein Bus gekapert. Sie fliehen damit vor Imhoteps Mumien durch die Straßen Londons. Gibt es noch eine Nachricht? Nein. Also, ich kann jetzt entscheiden, zu schießen oder Zweikampf. Ich entscheide mich jetzt fürs Schießen. Ist auch recht lustig. Ich kann mich hier verstecken und abwarten, bis ich feuern kann. Und aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Da ist er. Ich kann auch diese Bomben da kaputt schießen. Muss ich mal gucken, wo die kommen. Der ist vielleicht schon tot. Nein, ist er nicht. Oh. Ja, knapp. Komm halt. Ja, dann ist er auf der anderen Seite. Ich kann den Cursor schon darüber betätigen. Ist es auf der anderen Seite? Treffer. Ah, Lebensenergie. Oh. Bam, bam. Bist du tot? Und die Zeit verringt natürlich. Bam, bam. Oh. Ja. Die habe ich getroffen, mein Freund. Äh. Das hat sie wieder versteckt. Ein weniger. Rüber. Bam, bam, bam. Rüber gehen. Mit dem Cursor. Wieder rüber gehen. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwann ausreicht. Na, rüber nochmal. Da lebt auch nochmal einer auf der Seite. Perfekt. Passwort. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Jagd im Canyon. Ist, glaube ich, war jetzt meine Lieblingsmission. Inotep. Und Inotep's Männer haben Alex gefangen. Wer den Skorpion-Armreif trägt. Der Armreif führt seinen Träger zum Versteck, dem der Skorpion-König und seine Armee von Anubis-Kriegern ruhen. Inotep will den Skorpion-König vernichten und die Armee übernehmen. Als Rick, Ivy und Ardett der Spur im Zeppelin folgen, will Inotep sie mit einer Wasserwand vernichten. Das ist cool. Wir können jetzt nur noch den Zeppelin spielen. Yeah. Ich liebe diese Mission. Die ist geil. Das ist meine Lieblingsmission. Die ist nicht leicht. Und man muss versuchen, richtig zu steuern, um ans Ziel zu kommen. Beuerchen. Das wäre jetzt fast knapp gewesen. So, ein bisschen ausweichen. Nach unten, bitte. So. Ah, es war knapp oben. Ich glaube, wir sind schon mal ein bisschen draußen. Runter. Wow, das war knapp. Das war geil. Oh. Eine Wasserflugschad mich berührt. Oh Gott. Hm. Hm. Jetzt hat es mich erwischt. Wo komme ich jetzt raus hier? Aha. Gut. Dann machen wir es noch einmal. Das ist ja nicht zu schwierig und zu tragisch. Boah, geht das manchmal schnell, ey. Das ist ja. Wunderbar. Hm. Da. Nein. Nicht schon wieder. Das war dieselbe Stelle gerade wie vorhin. Da muss ich weg. So. Wo wollen wir denn hin? Dadurch wolle ich. Ja. Habe ich geschafft. Ich lasse mich natürlich gerade antreffen. Das ist cool. Das ist in der Zeit. Hm. Hoch, hoch, hoch. Ah. Wow. Okay. Wir haben es. Also, wir sollten lieber oben bleiben. So viel ich weiß. Dann haben wir es ja völlig auch. Nee. Ah. Das war jetzt auch knapp. Ich habe gedacht, wir wären schon draußen. In Sicherheit. Aber jetzt halt. Oh, Mann. Die Bäume. Die Bäume. Nein. Ah, schade. Okay. Bäume. Nächster Abschnitt. Die waren jetzt aber nett und generös. Okay, das müssen wir noch durchstehen, ja. Durchstehen wollte ich schon sagen. Hm. Hoch. Jo, Wald. Also nicht so oft durch den Wald. Aber da geht es ganz steil nach oben. Das ist natürlich nicht so gut. Ja. Perfekt. Meine Königsdisziplin. Passwort. So. Ankunft. Ankunft in der Oase. Der Zeppelin ist in der Tungeloase abgestürzt. Rick, Ivy, Adet, Bay und Johna. Jonathan müssen zur Pyramide gelangen. Um Alex und die Welt zu retten. Jetzt können wir, glaube ich, mehrere Leute wählen. Die Dame hier. Dann den Zweikampf. Bogen schießen. Darauf habe ich keinen Bock. Ich nehme den Zweikampf. Das müsste ich hinkriegen. Den kennt man noch nicht. Wir müssen gegen Zombies kämpfen. Ja, ob das Zombies sind, weiß ich nicht. Kommen mir so vor als wie so kleine Golems. Schon bin ich gegen Ende gedrückt worden. Komm. Man kann die aber auch zurückdrängen. Sehr stark. Das müsste auch gehen. Ich sehe, wie leicht das jetzt eigentlich geht. Hey. Mit der Zussi haben wir ja doppelt so lange gebraucht. Komm her. Komm her. Du, kleiner Zwerg. Hast du dein... Äh, wie hast du das? Joghurt nicht gegessen. Dein... Fruchtzwerge oder so. Wie heißt... Ja, genau. Fruchtzwerge. Keine Werbung. Komm, weif zurück, der Mann. Boing, boing. Die Location ist ja herrlich hier. Ah, jetzt hat er natürlich auch mal ein bisschen Schlag führen dürfen. Aber ich will auch mal ein bisschen Platz gewinnen. Ich hämmere eigentlich nur auf den A-Knopf. Mehr nicht. Leute, ich steuere gar nicht nach vorne. Gar nichts. Ach, das waren noch Konsolenzeiten, wo man eigentlich nur so richtig abschillen konnte. Gibt mir so ein Zwerg eine Waffe, ey. Kann ja gar nicht damit umgehen. Komm. Der Baum schaut auch sehr komisch aus. Vertrauerkrumm gewachsen, würde ich sagen. Come on. Ja, jetzt möchte ich natürlich wieder ein bisschen Platz gewinnen kommen. Au. Der hält irgendwas aus. Du könntest sterben. Ja. Oh, du gehst mir so auf den Sack. Nö, du hast doch keinen Sack mehr. Das haben doch die Insekten schon weggefressen. Sei still. Psch, psch. Ja, komm. Fighting. Drell. Bis ihr mich mal mit Down gemacht habt. Aber ich glaube, da kommt ein kleiner Boss hier immer. Zu vier Gegner und dann kommt Boss. Ja, also sollte ich mich doch ein bisschen anstrengen und mich nicht so fertig machen zu lassen. Hallo, Baum. Ja. Komm. Nicht zurück. Hau ihn mal zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll man hier sagen, bitte an dieser Stelle? Komm, ein Schlag, komm Naja, jetzt habe ich mich halt doch ein bisschen treffen lassen Mein Finger tut mir weh Ja, tot, oh, ich bin der große Bounzo Ey, du kommst ja nicht rein, alter Oh, vor dir habe ich auch so Respekt Ah, der ist jetzt schon natürlich ein bisschen härter Ich weiß nicht, ob ich jetzt gewinne Irgendwie habe ich das Gefühl Dass ich mich in diese Ecke befinde Ich muss mich immer ein bisschen weiss machen Ich bin etwas erkältet Ja, das ist knapp aus Also da kommt bestimmt noch jemand Aber wenn ich den erledige Kriege ich Lebensanergie von dem Hansel da Das war ein guter Treffer Back und zweimal schlagen, komm Nebens Energie Okay, ich bin der große Wow Ich bin fast zwei Meter groß, ey Du hast meine Freundin ausgespannt Ach, wirklich? Es tut mir leid Wenn ich den am Anfang genommen hätte Dann hätte ich schon mal gegen den gekämpft Aber der ist ganz schön schwer Muss ich schon sagen Ja, leicht ist er nicht Weil der macht mir mehr irgendwie Schaden Gerade im Moment Ich wollte eigentlich an dem Mann vorbei Das war jetzt scheiße Ah, na komm Letzte Mal bist du abgehauen Aber ich habe nicht mehr so viel Platz Und ich bin fast dead Schade, schade, schade Treffer für ihn Treffer für mich Wow Jo Uh, war knapp Sehr knapp Das ist das Passwort dafür Nochmal zeigen Bitte sehr In die Pyramide Anxunamum Hat Ivy getötet Oh Gott Auf Rache Sinnen geht Rick In die Pyramide Um sie zu verfolgen Okay, was muss ich tun Okay, ich steuere Rick Ausnahmslos Und ich glaube Es ist ein ganz beschissenes Level Äh, ich muss mich orientieren Wo schieße ich jetzt hier Ja, das Das ist jetzt wies Diese blöde Die blöde Fledermaus Guck mal her Ja, immer wenn ich springe Werde ich gleich runterfallen und sterben Ich liebe dieses Spiel Na super Oder springst du überhaupt nicht Geht das schon Wieder Los Oh Oh, oh, oh Jetzt wird mich wieder alles töten Ich muss auch mal wieder erstmal reinkommen Dieses Level ist gerade nicht Gerade mein Lieblingslevel Oh 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 Danke Danke Du blöder Wurm Ähm Nochmal Bis zum nächsten Mal.